Kommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. In diesem Video möchte ich einmal hier den Balkon weiter bauen und vielleicht auch schon weiter das Haus bauen. Mal schauen. Ich würde sagen, ich gehe jetzt direkt hier einmal hoch. Ich hatte hier vorher schon ein bisschen Material gesammelt und hergestellt, also für den Balkon. Und ja, ich gehe jetzt hier mal hoch und dann bauen wir direkt mal ein bisschen weiter. Hier habe ich einmal ein bisschen falsch gebaut. Das muss ich kurz... Ups, nein, das wollte ich nicht abbauen. Hier ein bisschen Holz abbauen, so. Das muss natürlich wieder hin. Okay, dann können wir hier das auch wieder hinsetzen. Und dann können wir hier einmal weiter bauen. Die, ähm, ja, den Balkon. So. Schreibt auch gerne mal in die Kommentare, ob ihr auch mal ein Kitt spielt und ob ihr Tipps habt, wie ich meine Spielfähigkeiten hier verbessern kann. Darüber würde ich mich immer sehr freuen. Ich würde sagen, ich baue jetzt einmal direkt hier weiter. Was mache ich denn hier? Immer diese Fehler. Immer einmal weiter. Joa. So, dann auch mal die zweite Reihe. Zack, 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 zack und zack. So. So, dann hier auch direkt mal. Okay, dann gehen wir direkt mal da vorne hin, dann machen wir da hinten auch. Und dann können wir auch irgendwann direkt mal wieder hochbauen ein bisschen. Oh, das wollte ich natürlich jetzt nicht, aber machen wir jetzt mal hier weiter. So, und dann auch die andere Reihe noch, wenn es funktioniert. Ja, es geht. Oh, okay, das wollte ich jetzt nicht. Dann müssen wir mal wieder kurz wieder hoch. Wir haben jetzt schon drei Balkone gemacht. Das ist eigentlich schon richtig viel. Ich will auch nachher so Begrenzungen auch machen, aber das können wir gleich beginnen. Erstmal hier kurz noch das zu Ende bauen. So. Andere Seite noch. Mal das von hier unten. Ah, schon wieder runtergefallen hier. Muss ich wieder hochlaufen. Und dann kann ich auch gleich das Haus wieder höher bauen. So, schreibt auch gerne mal so Tipps in die Kommentare, was ich so verbessern kann. Und auch gerne mal einfach so Video-Vorschläge, was ich alles so bauen kann. Das würde mir immer sehr helfen. Und joa. So, zack, zack. So, 64 Stück haben wir noch. Das reicht ja schon mal hier für das. Ach, Gott, wegen einem Ding hier. Wieder auch kurz hochgehen. So. Zack, zack. Und einmal hoch. Wo war jetzt das? Hier. So, ich würde sagen, wir machen jetzt hier direkt mal so eine Begrenzung. Ich gehe jetzt hier mal runter und dann suchen wir mal, ob ich da, ähm, kann sein, dass hier es gerade leider die ganzen, ich weiß nicht mal, wie die Begrenzung geht. Stöcke? Ich glaube, ich brauche nur Stöcke, oder? Ja, Stöcke habe ich hier noch ganz viel. Also ihr wisst, was ich meine, diese, äh, ne. Stöcke reicht, glaube ich, nicht. Was brauchte ich da nochmal für diese Begrenzungen? Das da, oder? Was ist das? Eichenzaun? Ja, das habe ich doch immer gehabt, Eichenzaun. Das hatte ich doch mal hier gefunden, irgendwie. Warte, habe ich das nicht irgendwo noch in der Kiste? Dann kann ich schauen, was das genau war. Aber ich glaube, das hieß Eichenzaun. Keine Ahnung, Leute. Ist das Eichenzaun? Ich glaube schon. Machen wir das einfach als Eichenzaun. So. Eichenzaun. Zwei davon und dann Stöcke in der Mitte. Okay. Nehmen wir jetzt mal. Sollte ich jetzt auch gleichmäßig sein? Okay. Dann jeweils 13 Stöcke. Okay. Super. 39 mal Eichenzaun. Das ist doch schon mal super. Okay, dann bewegen wir einmal hier das Holz um die hier, hier hin. Und benutzen jetzt die, ähm, den Zaun, um jetzt hier direkt eine Begrenzung zu machen. Ähm, so. Zack, 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 zack. Okay, hier müsste ich irgendwann mal so ein bisschen weg machen. Hier die Erde. Jetzt habe ich wieder keine Eichenzaun. Das ging so schnell jetzt, das aufzubrauchen. Ähm. Ja, die kommen jetzt hier runter. Das ist ja ein Nachteil, wenn ich jetzt hier halt den Zaun hintue, dass ich hier nicht mehr runter kann. Dann muss ich immer die Treppe nehmen. Aber ist ja nicht so schlimm. So, dann gehen wir einmal zurück. Schauen wir jetzt noch. Also, was machen wir jetzt? Hier. Das nehmen wir. Und hier den Stöcke. Hier war es zehn immer einfach. Und hier zehn. Okay. Dann können wir das hier auch weiterbauen. Oh, nee, hier. So, dann können wir hier den Zaun schon befestigen. Ja, wieder zu wenig. Okay. Ähm. Mal schauen, wie viel wir jetzt hier noch herstellen können. Gehen wir mal kurz zurück. Ähm. Ich würde sagen, ich benenne jetzt einfach alle Stöcke und alle Bretter, die ich jetzt hier noch habe. Benutzt die einfach dafür. Jeweils zehn Stück nehme ich jetzt hier. Ähm. So. Jeweils zehn. Und hier auch jeweils zehn. Nehmen wir jetzt, glaube ich, 30 Stück. Okay. Und dann gehen wir die drei anbringen. So. So. Okay, super, sind wir jetzt einmal rum? Ja, jetzt sind wir doch einmal rum, oder? Ja, ich glaube schon. Das hat doch jetzt super funktioniert. Ja, Leute, ich glaube, ich beendet jetzt das Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.